Sonst noch jemand, der spannende Veranstaltungen hat oder was anderes loswerden möchte? Nein? Dann vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle, die heute präsentiert haben, an alle, die heute gekommen sind, nochmal ans MetaLab, nochmal an unsere Zauberer an den Tonpulten da hinten, die quasi den Mitschnitt gemacht haben und die Radioübertragung. Und ja, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Es gibt ein paar Snacks, es gibt Getränke, es gibt gute Unterhaltung in Form von netten Menschen mit spannenden Themen und ich hoffe, wir machen alle noch das Beste aus diesem Abend und ich hoffe, wir werden uns alle nach der Sommerpause wiedersehen. Juli und August setzen wir aus und ab September geht es dann wieder los in alter Frische. Selbe Stelle, selbe Welle. Vielen Dank.